Was ist dein zweites Fach, Lukas? Geschichte. Oh, schön. Was hast du morgen zuerst? Morgen zuerst habe ich Vertretung. Ah ja, ah ja. Ja, und was darfst du vertreten? Deutsch. Okay, dann gehst du einfach mal rein. Erklär den Schülern doch einmal, woher das Wort Geschichte kommt. Bring voll Bock. Mach das mal. Du hast gesagt, okay, ich bin eigentlich Geschichtslehrer, heute haben wir Deutsch. Heute erkläre ich euch mal, woher das Wort Geschichte kommt, Lukas. Das Wort Geschichte kommt von Daniel Passau. Das Wort kommt Geschichtete. Also, eine Lebensschicht legt sich auf die nächste Geschichte. Ist das geschichtete Leben. Ja, ja. Ist totaler Schwachsinn, aber erkläre es einfach mal so. Das macht total Spaß, du siehst du. Ja, und du baust es so langsam, ganz lange auf und dann, ja, stimmt alles nicht. Aber tschau, das war meine Vertretungsstunde. Ich bin der Lukas, ich bin der Sportlehrer, ihr könnt gerne, ja, wollen wir mal sein mit euch. Das macht Spaß, finde ich.